Also, dass wir uns heute mal drüber Projekte aufziehen, wie wir drangehen. Wir machen, glaube ich, vieles schon durchaus so, wie es an Industriestandard ist, aber ein paar Sachen macht man vielleicht auch ein bisschen. Beziehungsweise die Projekte, die sind dann auch nicht immer so ganz der Standard, unsere Vorgehensweise, unser Mindset. Wir sind keine große IT-Bär, sondern versuchen da individuelle Softwareentwicklung und es zieht sich halt auch durch bis hin, wie gehen wir die Projekte an, wie stellen wir uns auf den Kunden. Das Problem hat man ja oft, wenn man bei Grohl, die haben logischerweise, die brauchen da feste Prozesse, die haben ihre festgelegten Tools, die haben oft festgelegte Software, haben bestimmte Architektur. Und da versuchen wir halt dann zu sagen, okay, also bei Projekten, die so mittlere Größe haben, also jetzt nicht diese Milliardenprojekte oder so, aber durchaus auch bei Projekten, die so in den oberen sechs bis zum sieben Stunden, dass man da sagt, okay, da versucht man diese individuelle Softwareentwicklung, dass für den Kunden der maximale Wert dabei rauskommt und uns auf die konkreten Anforderungen beim Kunden einzustellen. Unser Fokus liegt, und ich würde jetzt da mal darauf eingehen, wie wir mit dem Kunden, wie wir auf den Kunden zugehen oder der Kunde auf uns zukommen und wie sich da so die erste, ich weiß immer, so eine gewisse Hürde dann so aus dem ersten Kontakt. Der Kunde hat oft ein Bedürfnis, also das hören wir ganz oft, ja. Oft ist aber auch so eine gewisse Hemmung da, weil klar, da ruft dann jemand bei uns aus dem Marketing beim Kunden an und sagt, hier, wir können was machen oder der Kunde hier kommt, sucht im Internet, da gibt es irgendwie x Webseiten und wie findet man jetzt da überhaupt mal den Wiesand am Wert. Ist ein bisschen schwierig dann für uns auch da, dass unsere Sichtweise auf die Dinge und darum mal so ein bisschen darauf einzugehen, wie lernt man sich kennen, wie kann man in so einem Projekt, wie können wir helfen, die Probleme zu erörtern. Solche Sachen halt so, dass man da halt in den Gemeinden, viele Kunden, die haben dann schon auch ein fertiges Konzept irgendwie in der Schublade, was sie schon immer mal machen wollten, irgendwie so ein Lastenheft von der Software, ja, das brauchen wir unbedingt. Das ist eine Möglichkeit, aber ganz, ganz viele Kunden, die Mehrheit sogar, die haben so ein bisschen, da liegen immer noch die Papierstapel rum, da läuft immer noch der gute Mann von einer Maschine zur anderen, um da irgendwie eine Einstellung zu quittieren. Da ist immer noch der Fahrer irgendwie ohne vernünftigen Routenplanung. Und da wissen die Leute eigentlich schon, dass da eigentlich die Digitalisierung auch helfen kann, aber die haben da überhaupt keine Handhabe erst mal wie so ein Crack. Kleiner Spoiler, Leute, wir wissen es dann meistens am Anfang auch. Irgendwo muss man ja mal anfangen und irgendwie muss man da reinkommen und irgendwie muss man sich erst mal einen Partner suchen, also entweder uns oder es gibt auch. Aber irgendwie muss man jetzt so diese Entscheidung finden und ist jetzt auf der einen Seite vom Angebot her ist es valide, die scheint aber auch auf einer persönlichen Ebene da, weil wenn es schon ein Laden ist, die vielleicht auf dem Papier die Körperbots schon erst mal die ersten Beratungen in 20-seitiges Vertragsdokument, da Vertrauen aufzubauen, dann ist es ein bisschen anders, als wir so die Denkweise haben. Also bei uns, das ist ein relativ kleines Unternehmen, da geht es sehr schnell dann bis in die Geschäftsführung rein, wenn irgendein Kunde ein Problem hat. Da ist es, dass man sagt, hier mit dem Kunden, da gibt es ein Problem, da wollen wir irgendwie eine vernünftige Lösung finden und da brauchen wir keine 20-Seiten-Vertragsdokument. Läuft sowas dann in der Regel ab? Also entweder der Kunde kommt bei uns auf die Website, über YouTube oder über LinkedIn oder denkt sich, okay, die könnten mal... Oder einer bei uns aus dem Marketing ruft an und sagt, okay, wir hätten hier ein Angebot, hättet ihr das Erste, was man macht, dass man sich erstmal so... Passt da überhaupt so die... Was kann technologisch... Ich werde auch... Vom Organisatorisch her, kriegen wir das überhaupt abgebildet? Also wie gesagt, die werden jetzt keine 30-Mann-Projekte von jetzt auf...